Stell dir vor, dein Unternehmen, deine Organisation kann durch KI-Anwendungen wettbewerbsfähiger, effizienter und auch innovativer werden. Wer will das nicht? Es setzen sich aber gar nicht so viele auf Führungsebene damit auseinander. Genau das schauen wir uns jetzt an und wir schauen auch in Grenzen, Gefahren und Risiken hinein. Kern-KI-Führung oder KI und Führung, wir schauen mal in ein paar Kernelemente dieses wahnsinnig spannenden Themas hinein. Mein Name ist Cornelia Moslechner-Brüll und ich bin philosophische Praktikerin. Ich bin also keine ITlerin, aber ich bin eine langjährige Anwenderin von KI-Applikationen und bin ziemlich begeistert auch davon, weiß aber auch Bescheid über Grenzen und Gefahren, vor allem in Bezug auf die Menschen und was es aus uns macht. Ich bin auch recht tief drinnen in der Materie Führung und Ethik und diese beiden Aspekte natürlich zusammenzuführen ist besonders interessant und deshalb hier ein paar Einblicke meinerseits in dieses Thema. Wir schauen uns kurz an, worum es geht, welche Anwendungen es gibt, welche Strategien man entwickeln sollte, wo eben auch Grenzen liegen und wo auch Gefahren liegen. Wir alle wissen, dass KI alles verändert. Lebensbereiche, das Leben, wie wir interagieren, wie wir kommunizieren, wie wir einkaufen und so weiter, aber vor allem natürlich auch das Arbeiten und das ist halt ein sehr spannender Bereich für sehr viele, die in Unternehmen eine Organisation leiten und so weiter. Was mir so ein großes Anliegen ist, warum ich das auch zum Thema mache, weil ich eben das Gefühl habe, hier liegt ein wahnsinnig großes Potenzial, eben auch das sogenannte KI-Empowerment. Man kann damit viel anfangen, aber man muss damit beginnen und man muss irgendwie den Einstieg finden. Natürlich bringt das für ein Unternehmen und für eine Organisation Wettbewerbsvorteile, Wachstumschancen, Effizienz und Effektivität, die können gesteigert werden, Qualität kann natürlich auch gesichert werden und es kann auch beitragen zur allgemeinen Zufriedenheit eben auch der Mitarbeitenden und auch da schauen wir kurz hinein. Warum soll man eben das vielleicht auch fördern und empowern, KI im eigenen Unternehmen anzuwenden? Es gibt natürlich unzählige Anwendungsbereiche, die kennen wir auch oder viele kennen sie. Es geht um viel, das textbasiert ist, Berichte schreiben, Übersetzungen, die man nicht mehr selbstständig machen muss, generell Texte generieren für Marketingbereich oder im Kommunikationsbereich. Bildgenerierung wird auch immer besser. Hier sieht man zum Beispiel alle die Bilder, die hier in dieser Präsentation zu sehen sind, sind gemacht von ideogramm.ai, wo auch Text auf Bild schon relativ gut abgebildet werden kann. Funktioniert nicht immer zu 100 Prozent, aber man kann sich sehr gut damit spielen. Natürlich auch, was Datenanalysen betrifft, ist es wichtig im unternehmerischen Bereich, Kundinnenkontakte, Personalabteilung, Wissensmanagement, Managemententscheidungen, Thema der Entscheidungen ein sehr spannendes. Alles, was natürlich auch im Rechtsbereich oder im Speuerbereich mit Vertragserstellungen und so weiter zu tun hat. Also in Wahrheit sind die Anwendungsbereiche hier natürlich unendlich. Man muss halt einfach für sich selbst, für die eigenen Organisation oder Unternehmen schauen, was hier passend und was stimmig ist. Wir haben aber ein großes Problem und darum ist dieses Thema auch so interessant, dass es in diesem unternehmerischen Bereich durchaus auch schon bei Mitarbeitenden viele Anwender, Anwenderinnen gibt, aber ungesteuert und ungeregelt. Und das ist für ein Unternehmen natürlich besonders schlecht. Das heißt, das Experimentieren geschieht, weil sich viele erhoffen, sich auch Arbeit zu sparen. Das ist ganz klar. Es wird aber keine klare KI-Strategie vorgenommen. Hier ist auch interessant, es gab Umfragen und gibt Statistiken dazu, dass hier die Eigenwahrnehmung von Führung und Mitarbeitenden extrem auseinander geht. Also Führung glaubt zum Beispiel, sich genug damit beschäftigt zu haben, eine Strategie entwickelt zu haben, etwas vorgegeben zu haben und die Mitarbeitenden aber spiegeln zurück, dass sie eigentlich keine Ahnung haben davon. Das ist natürlich besonders schlecht. Damit sinkt auch das Vertrauen. Und dann ist es auch eine gefährliche Situation, denn wenn nur experimentiert und ausprobiert wird, kommt es eben auch dazu, dass vielleicht unternehmenssensible Daten eingespeist werden in diese Systeme und freigegeben. Das ist auch riskant natürlich. Deshalb braucht es eine KI-Strategie. Es soll auch zu KI-Empowerment kommen, weil man kann sich viel ersparen oder man kann auch innovativer und kreativer werden. Und dafür braucht es aber ein bestimmtes Mindset auf der Führungsebene. Das ist eben mir auch ein Anliegen und auch ein Thema, wenn ich zum Beispiel Workshops dazu mache. Das heißt, für Führungskräfte stellen sich eigentlich neue Herausforderungen. Und diese sind, dass jetzt zu den Führungsqualitäten, zu den traditionellen, die es gibt, wie Vision, Inspiration und emotionale Intelligenz und so weiter, auch noch ein technologisches Verständnis dazukommen muss. Denn eins sage ich auch immer, man muss auch selber damit Erfahrung haben und experimentiert haben, um zu wissen, wie es sich anfühlt, dieses Arbeiten mit KI. Und um dann auch zu wissen, in welchen Bereichen macht es Sinn, wo braucht es Schulungen, wo braucht es mehr Achtsamkeit, wo kommt zum Beispiel die Ethik mit ins Spiel, wo sind die Grenzen. Also man muss auch schon selbst einen gewissen experimentellen Geist haben im Umgang damit und darf im Endeffekt nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, denn das bringt einem selbst natürlich dem Unternehmen, der Organisation nur Nachteile. Das ist eben ganz wichtig, darum meint man sich. Und natürlich auch sich mit den ethischen Herausforderungen diesbezüglich auseinanderzusetzen, das ist auf jeden Fall Aufgabe auch von Führung. Ganz spannend ist ein Anwendungsbereich und ich sage gleich dazu, was ich jetzt nur hier in ein paar Minuten zeigen kann, ist ein minimaler Ausschnitt eines längeren Webinars zum Thema. Wer sich dafür interessiert, dafür findet man unten auch in der Beschreibung den Link. Also hier nur ein paar Blitzlichter. Aber ein so interessanter Bereich ist die Entscheidungsfindung zum Beispiel. Durch die Analyse von großen Datenmengen kann KI natürlich auch eben durch die Identifizierung von Mustern hilfreich sein, diese Muster zu erkennen und damit auch zu anderen vielleicht rationaleren, gut begründeten Entscheidungen zu gelangen. Es können Vorhersagen leichter getroffen werden, bezogen zum Beispiel auf Kundinnen, auf Interessen, auf die Klientinnen, aber auch auf die Mitarbeiterinnen. Ich komme dann gleich noch zu sowas. Es können im Entscheidungsfindungsprozess zum Beispiel Szenarien durchgespielt werden, wie was folgt auf Entscheidung A oder auf Entscheidung B, welche Konsequenzen kann das haben. Ich kann also experimentell nach vorne denken und mich dabei unterstützen lassen von der KI und so verändert sich vielleicht auch das Fundament meiner Entscheidungen. Bei all dem, so interessant das eben ist, auch für den Entscheidungsfindungsprozess, muss man etwas vorsichtig sein. Es gibt dieses sogenannte Black-Box-Phänomen. Das heißt, die KI muss nach der Grundlage der Entscheidungsfindung auch befragt werden, sonst wird das Ganze intransparent und wenig vertrauensstiftend. Auch eine Herausforderung für die Führungsebene natürlich, darüber Bescheid zu wissen, was im Hintergrund hier wirkt, also aufgrund welcher Logiken, welcher Datenquellen und so weiter wird entschieden, um natürlich darauf noch einen Blick zu haben und damit das nicht entgleitet. Sehr spannend, auch automatisierte Personalentwicklung dieser Bereich, nämlich, dass man mit KI-Anwendungen einfach sehr gut individuelle Stärken, Schwächen und Karriereziele erheben kann der Mitarbeitenden und daraufhin wieder sehr gut Lern- und Entwicklungspläne ausarbeiten lassen kann. Das ist dann sehr stark individualisiert und kann wirklich auf alle Potenziale gut eingehen. Zum Beispiel durch Persönlichkeitstests, durch Kompetenzbewertungen und so weiter können dann spezifische Schulungen, Weiterbildungen, Mentoring-Programme etc. entwickelt werden. Feedback-Gespräche auch mit Bots oder mittels Bots zu halten, ist auch sehr spannend. Und hat zum Beispiel einen Vorteil, dass man Stimmungsbilder fast, so hat man es zumindest recherchiert und ausgewertet, authentischer erheben kann als normalerweise, weil natürlich man nicht direkt jemandem einem Menschen gegenüber sitzt, mit dem man schon eine persönliche Beziehung hat, den man nicht enttäuschen möchte vielleicht oder vor den Kopf stoßen oder auch sonstige Ängste eine Rolle spielen. Das heißt, man hat festgestellt, dass die Antworten hier oft ehrlicher sind. Und was aber besser ist, als jetzt bei einem reinen Fragebogen, der ja vielleicht eben standardisiert ist, ist das natürlich so ein Bot, der ja menschenähnlich kommuniziert, auch ganz anders auf die Antworten eingehen kann und auch wieder sehr personalisiert Rückfragen stellen kann. Das heißt, das hilft wirklich, um auch eine Stimmung im Unternehmen gut erheben zu können. Das kann man eben auch durchaus anonym machen, wenn es nur ums Stimmungsbild geht. Will man genaueres wissen über Bedürfnisse der Mitarbeitenden und dann eben schon etwas daraus entwickeln, kann man das natürlich auch offen und transparent gestalten. Auch spannend in dem Bereich emotionale Intelligenz und KI, dass man auch mittels Gesichts- und Spracherkennungstechnologien Emotionen in Video- und Audiodaten erkennen kann. So können Führungskräfte eben auch das emotionale Wohlbefinden von Mitarbeitenden besser verstehen und vielleicht auch diesbezüglich Maßnahmen ergreifen. Sind die Menschen eben gelangweilt, besorgt oder doch motiviert oder unmotiviert? Natürlich kann man jetzt sagen, das ist doch genau, was eine Führungskraft können muss. Stimmt, aber ist einfach nicht immer der Fall. Und wir alle haben blinde Flecken und die Unterstützung kann hier sehr sinnvoll sein. Also man kann einfach nicht in allen Bereichen gleich gut aufgestellt sein, ist ganz klar. Also das ist auch recht spannend. Man kann hier auch Chat-Verläufe, E-Mails und so weiter analysieren lassen, um eben wieder dieses Wohlbefinden sozusagen ein Stück weit abgreifen zu können. Natürlich nur, wenn das vereinbart ist, wenn das alles transparent ist, ist ganz klar. Wenn die E-Mails auch nichts Privates betreffen, was ohnehin nicht am Arbeitsplatz natürlich sein sollte und so weiter. Personalisierte Feedback- und Coaching-Systeme sind auch in der Anwendung sehr interessant. Auch für Stressbewältigung, so wie man sozusagen im Bildungsbereich jetzt sagt, mit der KI habe ich einen Taschenlehrer in der Tasche immer mit dabei und kann alles fragen. So kann man natürlich auch einfach das so verstehen. Man hat einen Personal Coach sozusagen hier, der einem dann schon bei Arbeitsthemen und vielleicht auch bei eben wie gesagt Stressthemen etc. hilft und man immer wieder Feedback und Unterstützung sich holen kann. Sehr gut geeignet eben diese Feedbacks sind dann auch, um Teamarbeit stärken zu können, um Teams auch näher aneinander heranrücken zu können und jeder weiß vom anderen, wo noch Bedürfnisse liegen oder wo vielleicht etwas schief geht etc. Das alles kann man eben auch über diese KI-Systeme ganz gut in den Griff kriegen und erheben. Es gibt viel, viel mehr und ich habe ja gesagt, das ist ein sehr langes Webinar normalerweise, darum nur ein paar Impulse. Aber was sofort wichtig ist, ist Vertrauen in die KI zu fördern durch eben drei Kernprinzipien. Und das erste ist mal immer im Blick zu haben, dass es um ein zweckdienliches Design geht. Das heißt, nur Systeme nutzen, mit denen die auch ganz präzise eben auf das definierte Geschäftsziel passen. Also nicht einfach nur alles ausprobieren, weil es da ist. Das stiftet auch eben kein Vertrauen, sondern konkret wissen warum, wozu. Das ist natürlich eine KI-Strategie. Agile Steuerung heißt auf alles auch achten, dass sich das rundherum sich dadurch für Fragen sich ergeben. Zum Beispiel ethische Fragen, soziale, regulatorische, image-relevante Fragestellungen. Immer wieder, wenn sich was verändert sozusagen in diesen Bereichen, auch wirklich darauf zu reagieren. Und darum braucht es auch eine ganz wachsame Supervision. Das heißt, beaufsichtigen, überwachen und justieren dieser Systeme, um auch eine zuverlässige Leistung erreichen zu können, um natürlich alles andere auch zu verhindern, wie Verzerrungen und Transparenz und Inklusion zu fördern. Also man muss sehr achtsam damit umgehen, immer wieder checken, wie effizient sind die Systeme, funktionieren sie überhaupt und ein Feintuning machen. Also man kann es nicht in Gang setzen und lässt das System dann mit sich oder die Mitarbeitenden mit sich allein, das ist klar. Auch ganz wichtig, und wir kommen jetzt schon zu Grenzen, im eigenen Umgang damit, bei den Entscheidungen, auch wenn man Unterstützung sich sozusagen holt, immer berücksichtigen, dass das mit den festgelegten Werten eben auch tatsächlich übereinstimmt. Also es gibt hier eine gewisse Gefahr beim sogenannten Co-Piloting von KI, dass wir das Gefühl haben, der KI mehr vertrauen zu können als uns selbst. Das liegt daran, dass wir oft das Gefühl haben, Maschinen sind objektiv, sind rationaler, logischer und können zum Beispiel besser etwas erfassen und Entscheidungen treffen. Schlussendlich aber ist es ja ganz wichtig, dass das immer mit der Situation zusammenstimmt und natürlich auch mit den eigenen Werten, die man vertreten will oder die Priorität haben. Darum hier eben vorsichtiger Umgang und immer wieder auch hier sich selbst Feedback zu holen und ganz sensibel darauf zu achten, ob man nicht zu viel auslagert. Traut man der KI mehr zu als sich selbst? Ein schwieriges Thema. Empfehlungen ein paar, um jetzt solche Risiken einschätzen zu können oder worauf man achten muss in der Ethik eben nochmal, die Unternehmenswerte müssen also auch in den KI-Systemen repräsentiert sein, auch wenn man sich selbst sozusagen durch eigene KI-Bibliotheken zum Beispiel erstellt, immer wieder checken, ob das passt. Die soziale Verantwortung auch nicht aus dem Blick lassen. Das heißt eben auch, dass das Wohlergehen sozusagen im Blick haben, weil es kommt natürlich auch zum Beispiel aufgrund der Effizienzsteigerung zu Entlassungen oder zu Umschulungen, Diskriminierungen auch, die durch das System entstehen und natürlich Umweltschädigung muss man mit bedenken aufgrund des starken Energieverbrauchs. Das ist einfach ein Aspekt sozialer Verantwortung, den die Führung natürlich hat und immer im Blick halten muss. Außerdem ganz wichtig, Rechenschaftspflicht und Erklärbarkeit habe ich auch schon angedeutet. Man muss wissen, welche KI-Daten werden wie genutzt, um welche Entscheidungen daraus ableiten zu lassen. Das nicht aus der Hand zu geben. Und ganz wichtig für die Zuverlässigkeit auch, die Funktionalität und Entscheidungsrahmen des Systems eben testen, während der ganzen Phase und immer wieder, wie gesagt, die Evaluierung und überlegen, ob es überhaupt effizient ist für mein Ziel. Eine große Gefahr ist, dass der Mensch nun und auch Mitarbeitende, wenn sie sehr viel damit arbeiten, und das muss eben jeder an sich selbst auch erleben, eventuell auch eine Art von Frustration und Leere erleben können, nämlich dann, wenn sie mehr und mehr und mehr machen lassen durch KI und dadurch eigentlich in der eigenen Kreativität und im eigenen Entwickeln von Ideen und auch in der eigenen Problemlösungskompetenz ersetzt werden. Die Gefahr, die lauert überall, auch für einen selbst, weil es wahnsinnig schnell geht, weil es effizient ist. Aber da muss die Führung natürlich einen guten Blick drauf haben. Denn das soll natürlich nicht sein, dass sich Mitarbeitende hier nicht mehr als selbstwirksam erfahren und erleben. Dann ist Arbeit nicht mehr sinnstiftet. Und hier, das muss eben auch eine Führungsebene ganz gut reflektieren und in den Griff bekommen. Kommen wir zum kurzen Fazit. Diese drei Fragen sollten eben beantwortet können aus der Führungsperspektive. Wie kann mein Unternehmen Risiken, die durch KI-Anwendungen entstehen, minimieren? Und gleichzeitig aber das volle Potenzial ausschöpfen. Also wir befinden uns im Spannungsfeld zwischen natürlich Ängsten, die es auch gibt oder immer wieder sozusagen die Risiken, die man dahinter sieht. Aber wir wollen aber das Potenzial nutzen. Und irgendwo dazwischen muss man sich einpendeln und einen guten Umgang damit finden. Wie kann mein Unternehmen diese Technologien nutzen, um menschliche Intelligenz zu unterstützen und Innovation zu schaffen? Hier ganz wichtig eben, es soll eine Unterstützung sein und kein Ersatz. Sonst lande ich eigentlich wo, wo ich nicht hin möchte. Also auch hier braucht es eine hohe Sensibilität. Und was können wir tun, um Vertrauen und Verantwortung zur Basis unserer KI-Strategie und Systeme zu machen? Eben, da gibt es natürlich viele Aspekte, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Aber Vertrauen eben entsteht tatsächlich auch, wenn es einen geregelten Ablauf dessen gibt, dass man das immer wieder korrigiert, reflektiert, evaluiert und eben auch modernisiert und ganz nah dran bleibt an der Sache. Nicht zu vergessen, das ist alles erst der Anfang. Ich finde es immer gut, wenn man sich überlegt, wir werden nie mehr mit einer so schlechten KI zu tun haben wie heute, also wie jetzt aktuell. Es wird Schritt für Schritt täglich, wöchentlich besser. Es kommen neue Entwicklungen dazu. Es geht relativ rasant. Und darum lohnt es sich einfach auch, hier die Augen offen zu haben, sich zu informieren, dran zu bleiben, weiterzubilden, Schulungen zu machen. Dann stafft man eben auch das sehr gut, dass man einfach mitschwimmt mit den neuen Entwicklungen. Das ist von der Führungsperspektive her gesehen sehr wichtig und stiftet dann auch Vertrauen bei den Mitarbeitenden. Wichtig für mich ist noch zu sagen, eben immer selber auch testen. Es bringt nichts, es nur abstrakt zu hören oder zu lernen. Man muss wirklich mittendrin sein. Dann sammelt man Erfahrung und dann kann man auch andere davon begeistern und versteht auch, was notwendig ist, wo die Risiken liegen und wo die Grenzen liegen. Das war ein kurzer Impuls, wie gesagt, von einem eigentlich, normalerweise mache ich Workshops und sehr lange und habe auch ein längeres Webinar dazu. Aber wer sich dafür interessiert, gibt es Informationen dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020